This is for the ones who stood their ground. It's for Tommy and Gina who never backed down. Tomorrow's getting harder. Make no mistake. Luck ain't enough. You've got to make your own breaks. Aus Bon Jovi's Hit It's My Life und da ist richtig viel dran. Es geht um das Thema Eigenverantwortung. Mehr dazu in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungspersönlichkeit zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und wie immer ist es mir eine Freude, dass du dabei bist. Eigenverantwortung ist nichts für Feiglinge. John Bon Jovi hat das relativ gut auf den Punkt gebracht. Make no mistakes, make your own breaks. Also wenn du glaubst, irgendjemand anders würde irgendetwas für dich tun oder deine Entscheidungen treffen oder keine Ahnung, Hützmütz, was auch immer, dann bist du einfach schief gewickelt. Und dazu habe ich euch heute ein Kapitel aus Montags, muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit mitgebracht. Da geht es nämlich genau darum. Und genau mit diesem Songzitat fängt auch das Kapitel an. Du musst nur einen Job finden, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Wer der Meinung ist, er arbeite, um zu leben und um sich etwas leisten zu können, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Wer ein aufwendiges Hobby hat, zum Beispiel Motocross oder Kitesurfen, der braucht schlicht und ergreifend ein bestimmtes Einkommen, um sich seinen Freizeitspaß auch erlauben zu können. Nicht jeder Mensch muss total beseelt von seiner Arbeit sein. Beruf kommt nicht immer zwingend von Berufung. Auch das ist im Grunde nur ein schicker Werbeslogan aus lutherischen Zeiten. Allerdings bedeutet es nicht, dass wenn die Berufung sich nicht im Job einstellt, man auch gleichzeitig die Verantwortung für sich selbst und das eigene Leben ablegen kann. Egal wie unser Job ist, egal welcher Druck von außen auf uns lastet, wir sind immer an erster Stelle, wenn es um die Verantwortung für uns selber geht. Logo. Auch wenn so manche Entscheidung sich blöd anfühlt, wer bitteschön soll sie denn treffen, wenn nicht wir selbst. Es gilt das Motto, mach's dir selbst, sonst macht's dir keiner. Zufriedenheit ist immer eine Frage der inneren Einstellung, auch im Job. Und auch eine Frage dessen, wie viel man selbst dafür tut. Wer darauf hofft, dass sich von außen etwas ändert, der kann in der Regel lange warten. Das ist in Beziehungen, in Freundschaften, im Job und im ganzen Leben so. Schicksalsschläge, hu, schweres Wort, Schicksalsschläge ausgenommen. Wer zu Hause hocken bleibt und sich beschwert, dass in seinem Leben nichts passiert, den nimmt doch niemand mehr ernst, oder? Warum werden dann die Typen für voll genommen, die uns immer wieder erzählen, dass montags ein Scheißtag ist und man am Mittwoch leider erst die Hälfte rum hat? Wir Menschen sind doch extrem komische Kreaturen. Wenn ich mir meine Hunde so angucke, wenn die raus wollen, dann fallen die mir so lange auf den Wecker, bis ich mich aufraffe und mit ihnen rausgehe. Tatsächlich steht mir meine Hündin schon seit einer Stunde auf den Füßen, während ich das hier schreibe. Sie steht alle zehn Minuten auf, schielt an meinem Laptop vorbei und erinnert mich daran, dass es doch langsam mal Zeit wäre, eine Runde ums Feld zu drehen. Klar schicke ich sie dann immer wieder weg. Aber der Köder ist hartnäckig. Die meisten Menschen sind anders. Die werden vom Chef oder vielleicht sogar vom Leben selbst einmal weggeschickt und dann kommen sie nie wieder. Wären das Hunde, würde nie jemand mit ihnen spazieren gehen. Sie würden irgendwo in die Ecke kacken und werden den Rest ihres Lebens unglücklich. Menschen machen das so. Sie kacken im übertragenen Sinne in irgendeine Ecke und sind ihr Leben lang unglücklich. Natürlich ist es Chefsache zu reagieren, aber wenn Chefs bei jeder Anfrage springen würden, dann würden sie verrückt werden. Und wir sind eben keine Hunde. Wir können unser Glück selbst in die Hand nehmen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wollen wir das eigentlich gar nicht. Wir würden so gern gerettet werden. Selbst Männer wollen wie Aschenputtel aus ihrem elenden Arbeitsleben befreit werden. Irgendein Chefprinz muss doch mal entdecken, dass eine Arbeitsprinzessin in ihnen steckt und sie zu höheren Berufen sind. Ja, das ist gemein. Aber so sieht die Realität einfach in 99 Prozent der Firmen aus. Wir erinnern uns, Lustgewinn und Unlustvermeidung. Für unser Hirn geht es um Lustgewinn und Unlustvermeidung. Und für unser Hirn ist Träumen und Quengeln die bequemste Alternative. Und wir spielen dann einfach auch mit. Wer damit wirklich todunglücklich ist, Moment nochmal, wer damit nicht wirklich todunglücklich ist und eigentlich ganz zufrieden, super, alles lassen wie es ist und einfach etwas weniger jammern, dann wird es schon besser. Wer aber für sich klar hat, dass wirklich alles doof ist, der muss ins Tun kommen. Jammern hilft nicht. Und in solch einer Situation hat auch das positive Denken wirklich seine Grenzen. Der erste Schritt ist für mich immer, etwas im Unternehmen zu bewegen. Also in deiner eigenen Firma. Was mich beispielsweise erstaunt, ist, wie wenig Mitarbeiter wissen, was im eigenen Unternehmen alles möglich ist. Damit ist der erste Schritt immer erst einmal rauszukriegen, was geht überhaupt? Wo kann ich mich einbringen? Gibt es Ideenprogramme? Was ist mit Fortbildung? Kann ich innerhalb meines Unternehmens wechseln? Was geht sonst noch? Naja. Und wenn dann innerhalb der eigenen Firma nichts mehr geht, dann ist es eben einfach eine gute Idee, vom toten Pferd abzusteigen und sich ein Neues zu suchen. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Wie ist deine Meinung dazu? Hast du Ideen dazu? Übrigens, das Buch Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit, gibt es in jeder Buchhandlung. Meistens musst du es bestellen, liegt meist nicht vorrätig da. Oder aber bei Amazon und dem Internetbesteller, Besteller, Versender, was auch immer, deines Vertrauens. Ich würde mich freuen, wenn ich nochmal ein paar Rückmeldungen zu dem Buch kriege. Wie hat es dir gefallen, wenn du es gelesen hast? Hast du es überhaupt gelesen, wenn nicht? Für es natürlich Zeit, heißt Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Ja und wie gesagt, wenn du es schon gelesen hast, gib mir doch mal ein Feedback. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, denn ich bin schon dabei, das nächste Buch zu schreiben. Und um ein besseres Buch zu schreiben, ist Feedback immer hilfreich. Das war es von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.